Ist das BEM Mause tot? Perdue? Es gibt Arbeitnehmer, Anwälte und kundige Betriebsräte, die das befürchten, seit das BAG in seiner neuesten Rechtsprechung in einem Fall entschieden hat, dass der Arbeitgeber durch eine unternehmerische Entscheidung auch schwerbehinderten Menschen die Kündigung erteilen darf. Da hat ein Arbeitnehmer geklagt, dessen Arbeitsplatz aufgrund einer unternehmerischen Entscheidung weggefallen ist. Und das BAG hat die heilige Kuh Beschäftigungsanspruch geschlachtet, wenn Sie so wollen, und hat gesagt, dass der Schwerbehinderte zwar Schutz verdient, natürlich, dass der Beschäftigungsanspruch, der ein gesetzlicher Anspruch ist, der unternehmerischen Entscheidung aber niemals vorgehen kann. Das heißt, trifft der Arbeitgeber Entscheidung, die zum Wegfall von Arbeitsplätzen führt, dann gilt diese Entscheidung auch dann, wenn ein Schwerbehinderter nachteilig betroffen ist. Was aber nicht geht, was weiterhin nicht geht, ist, dass der Arbeitgeber die unternehmerische Entscheidung nur behauptet, um einen Schwerbehinderten loszuwerden. Das geht nicht. Was hat dieses Urteil über die Reichweite des Beschäftigungsanspruchs mit dem BEM-Verfahren zu tun? Viele schwerbehinderte Kollegen berufen sich im BEM-Gespräch auf ihren gesetzlichen Beschäftigungsanspruch und behaupten, dass der Arbeitgeber ihren Arbeitsplatz retten müsse. Das ist richtig und das bleibt auch richtig, solange keine vorrangige unternehmerische Entscheidung zum Wegfall dieses Arbeitsplatzes führt. Deswegen keine Angst, keine Furcht. Schwerbehinderte Menschen haben weiterhin eine sehr starke Stellung, auch im BEM-Verfahren. Eine heilige Kuh ist hier nicht geschlachtet worden. Oder anders formuliert, das BAG hat die heilige Kuh so häufig schon geschlachtet, dass sich jetzt jedenfalls keine Verschlechterung eingestellt hat. Wir von der WAF freuen uns über Ihre vielen Fragen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement. Bleiben Sie da gern am Ball. Es ist ein schönes Thema, weil Sie als Betriebsrat hier Menschen helfen können, die Ihrer Hilfe wirklich bedürfen. Mein Name ist Niklas Pastie, Rechtsanwalt aus Berlin und ein Freund des BEM-Verfahrens. Hat es dir gefallen? Super, dann sieh dir doch auch dieses Video an, das ganz speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.